Hallo, freut mich. Ich bin Marc. Sarah. Okay, wir sind also ein Team. Auf den ersten Blick könnten wir nicht unterschiedlicher sein. Ich habe in Cornell einen Abschluss in Umweltwissenschaften gemacht und mich dem Friedenskorps angeschlossen. Zwei Rasierer, Ballons und rum. Nein! Doch! Ich habe den Haken ausgeworfen, weil ich es hasse, Hunger zu haben. Es ist kein schönes Gefühl, dass ich ja auch auf die Stimmung im Team negativ auswirken kann. Ich würde also gern einen Fisch fangen. Das Risiko halte ich in diesem Fall für äußerst gering. Ein Hai! Der ist ja riesig. Hol die Angelschnur rein. Ach du Scheiße! Wir warten kurz. Willkommen in Sarahs und Marcs Café in der Karibik. Buchstäblich in der Karibik. It's right on the Caribbean. Literally. Heute gibt es Sarahs Segras Special. Garantiert nicht gelmanipuliert, definitiv unbehandelt und absolut organisch. Wie groß warst du vorher? 1,85 Meter. Was war dein erster Gedanke nach dem Unglück? Irgendwas hat mich geweckt. Bestimmt ein Hai. Siehst du ihn? Nein. Vermutlich schwamm er seitlich vorbei. Da ist er! Ein Hai! Siehst du ihn? Er war direkt unter uns. Wir fühlen uns wie in einer Waschmaschine. Wir werden hin und her geschleudert. Kann das nicht mal aufhören? Mein Schlaf ist nicht zu denken. Wahnsinn. Die Wellen sind nicht auszuhalten. Das wird eine Horrornacht. Wir haben Land erreicht. Ich gehe hier nie wieder weg. Friedenskorps, Marinekorps. Wir sind total verschieden. Aber das ist jetzt und hier völlig egal. Wir haben es geschafft.